Er ist gebürtiger Regensburger, Johann Hieronymus. Der Name sagt ihn nichts. Kein Wunder, ist er doch besser bekannt als Don Juan der Austria, Sieger der Seeschlacht von Lepanto im Jahr 1571. Sein Vater ist Kaiser Karl V. Dieser hatte 1546, hier in der Herberge zum Goldenen Kreuz, eine Affäre mit der Regensburger Gürtlerstochter Barbara Blomberg. Ein weiterer berühmter Gast ist Kaiserin Elisabeth von Österreich. Sissi soll übrigens hier auf dem Turm mit Blick über Regensburg Bäder genommen haben. Die Stadt liegt am nördlichsten Punkt der Donau. Seine Blütezeit hatte Regensburg im 12. und 13. Jahrhundert durch den Fernhandel mit Paris, Venedig und Kiew. Die Rudthoff gab es damals natürlich noch nicht. Heute ist sie ein Museumsschiff des Donauschifffahrtsmuseum Regensburg. Die Rudthoff wurde Mitte der 70er Jahre übrigens als Volga-Dampfer in der ZDF-Serie Michael Strogoff verwendet. Sie liegt in Sichtweite der steinernen Brücke. Direkt daneben liegt die älteste Bratwurstbude der Welt. Schon im Mittelalter versorgten sich die Regensburger Steinmetze und Hafenarbeiter in der historischen Wurstkuchel. Weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt ist der Dom St. Peter mit seinen beiden 105 Meter hohen Türmen. Mit seinem Bau wurde bald nach 1260 begonnen. Endgültig fertiggestellt wurde er aber erst über 600 Jahre später. Seit 2006 ist das Altstand-Ensemble von Regensburg-UNESCO Welterbe. Das alte Rathaus im Zentrum war für über 140 Jahre der Sitz des immerwährenden Reichstags des Heiligen Römischen Reiches. 1806 wird dieses Heilige Römische Reich Deutscher Nation in Regensburg aufgelöst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017